Hallo und herzlich willkommen zurück hier bei Rise of the Tomb Raider. Reichen sie? Oder kämpfen sie sich an den Spinities und Soldaten vorbei zur Höhle? Wenn ich Soldaten seh, töd ich sie. Das war gar kein Brücken. Hüah! Klemm dich ans Funkgerät. Versuch die Anlage reinzukriegen. Beim letzten Signal wurden sie angegriffen, dann kam nichts mehr. Wer ist da? Das war kurz nachdem uns die Einheimischen bei den Ruinen erwischt haben. Dann kam ihr Rückzug von der Anlage. Das war eine organisierte Finte. Sie wollen uns aufteilen. Die Spionage-Crew hat das versaut. Das sind keine Bauern. Ja, das ist Guerilla-Teiltag. Die wussten, dass sie das vorführen wollen. Shit! Wir brauchen ein Aufstands-Bekämpfungs-Protokoll. Da springt den Zeitplatz. Franzentin wird dich begeistert sein. Ist aber besser, als sich im Toten abklamen zu lassen. Das war's. Wahnsinn! Die Toten trinken sie mit dir nicht aus. Also du musst dich umschraubigen gehen. Lass uns… Das ist ja auch. Also, das war's. Ich war auf dem ersten Flug nach Sibirien, um die alte Sowjetanlage zu schützen. Jetzt kommen jede Minute mehr an. Konstantin hat für die Neuen eine Rede gehalten. Ich habe mir das angesehen. Ich höre ihm gern zu. Wird nie langweilig. Der Glaube war nie was für mich. Es waren immer nur Worte. Das hier ist mehr. Es ist die Wahrheit. Ich war kaputt. Aber Trinity macht uns wieder ganz. Gibt uns ein Ziel. Eine neue Welt wartet. Selbst die, die nicht glauben, werden eine Rolle spielen. Alle Teams Augen offen halten. Die Einheimischen haben im Wald fallen gelegt. Das ging das letztes Mal genauso. Lautlos. Das ist okay, wenn ich eure Etappen lautlos mache. Besiegen sie den Bären. Zu wem zum Kämpfen. Ich locke ihn raus. Gib mir Zeit. Oh. Ich würde mich zacken. hey jetzt hier eigentlich Awesome! Boom! Alter Schwede! So Wisst ihr was? Der Bär war schwerer zu töten als Naja Also als Die verdammt Triniti Soldaten In dem Fall habe ich jetzt nochmal Gleich ein paar Pfeile Aber immerhin hat der hier Schönen Sachen zum Looten Wahrscheinlich gleich die nicht öffnen Oh doch! Das ist mein Dietrich Nice Halbautomatische Pistole Habe ich die jetzt? Ne, ich habe Teil davon Der Prophet und seine Anhänger sind Dem Schutz der Nacht gereist Auf einem gewundenen Pfad Entlang der Grenze des östlichen Reiches Ich weiß nicht wohin sie wollen Und ich vermute Sie wissen es auch nicht Aber sie wissen, dass wir sie jagen Bis die Ketzerei ausgelöscht ist Das Gesindel im Grenzland Gibt ihm Unterschlupf Und ich finde es seltsam Dass mir keiner, der ihm geholfen hat Etwas von Belang sagen will Selbst wenn ich mit dem Zorn Trinities drohe Oder ihnen ein Messer an die Kehle halte Schweigen sie weiter Sie sterben ohne zu verraten was sie wissen Der Prophet hat eine seltsame Macht über andere Noch ein Grund ihn zum Schweigen zu bringen Ja Ja Okay Nö Versuch was wert Der Flüchtige Prophet hat das Reich verlassen und bewegt sich nach Norden Ja, was ist bloß Ich bin jetzt in unbekanntem Gebiet Der Trinity-Orden war deutlich Ich soll dem falschen Propheten und seinen Anhängern ans Ende der Welt folgen Und die Ketzerei auslöschen Ich wollte ihn vor Monaten eingeholt haben Aber er entkommt mir Er durchquert das Land der Schasaren und den Kaukasus Hier bin ich im Nachteil Ich spreche ein Dutzend Sprachen des Reiches Aber im Hinterland kann ich oft lediglich mit dem Schwert kommunizieren Der Prophet, so scheint es Spricht jede Sprache wie seine Muttersprache Oh Na, weiter runter will ich Schenk Oh 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 Hm 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 Stellt dazu dass wo ich jetzt hin komme auch zurückgehen Oder muss ich echt hier nochmal zurück gehen Vielleicht ne oberetage Scheiße, das wird echt kalt Eine Pfeilspitze aus Knochen. Sie scheint mongolischer Herkunft. Ja. Okay. Upgrades. Kann ich schon wieder mal einen Bogen upgraden? Sehr schön. Okay. Okay. Könnte mal ausweichen. Brauche ich meistens nicht. Und nehmen wir das nochmal. Vielleicht hätte ich sonst das Ziel genommen. Ist ja vielleicht auch nicht verkehrt gewesen. Okay. 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 erst mal weitergemusst eine byzantinische kriegsgallehre das ist eine gute frage es ist mongolisch aber sie sind hier durchgekommen die verlorene stadt muss nahe sein lösen sie antike rätzung besonders wertvolle belohnung zu halten gewollt machen wir doch beim start ist das das eis schiff ja 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 Die Maria Adola sitzt fest. Das Eis gab nach und zerbrach ihr das Rückgrat. Egal. Ich wollte ihre Kanonen gegen den falschen Propheten richten. Aber nun ziehen wir zu Fuß weiter. Ich habe sechs der besten Trinity Ordensmitglieder. Und wir haben auf Kosten der Matrosen Nahrung und Vorräte gehortet. Sie wissen es noch nicht, aber sie werden ihr Leben für die Sache opfern. Meine Männer und ich werden aus diesen Eishöhlen hinausfinden und weitergehen. Bevor das Schiff vom Eis verschlungen wurde, hörten wir Musik. Und Süden. Das wird unser erster Halt. Aber erst muss ich ruhen. Die Kälte sitzt mir in den Knochen. Und ich bin schläfrig. Oh, der hier ist es schon noch zwei. Ich muss das Eis aufbrechen. Ja, Geschäfte. Ja, würde ich so aussagen. Ich will gut. Nein, 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 nein. Das ist eine Desk, ich will nicht vorstellen. Das ist... Genau noch daneben gesprungen, ärgerlich. Geschäfte. Mal sehen, was da oben ist. Was? 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 diente als eine art ausweis wer sie besaß konnte im namen des mongolischen reichs sprechen dass ich mein mongolisch auch das war sicher sinnvoll auch wie es am anfang gemacht habe dass ich dadurch erstmal extra wegkriege um dann besser machtigkeiten zu erlernen eine byzantinische brosche mit einem geheimen bild auf der rückseite wunderschön verziert dieses porträt wurde verunstaltet es scheint den propheten gezeigt zu haben sie mussten ihren glauben wohl verbergen aber jetzt habe ich hier 100 prozent aber es hat jetzt keine x2p gebracht habe ich jedenfalls jetzt nicht gesehen hätte mich jetzt aber mal interessiert er hat das land der russ durchquert ich habe das gefühl dass er mich verhöhnt wartet bis ich einen tagesritt entfernt bin und dann weiter zieht ich werde nicht wie erhofft vor dem winter heimkehren ich habe bei einem kleinen dorf an einem see namens wetler jahr halt gemacht der prophet hat hier gesprochen und man will mir keine unterkunft geben ich habe am ufer übernachtet und ein junger mann der eine seltsame version des symbols des propheten trug versuchte mich zu töten ich habe an ihm ein exempel statuiert und jetzt starren die leute mich böse an und bespucken mich ich muss bald weiter sein virus verbreitet sich das ist ein virus ja der glaube an ihm das wird anlage Irgendwo waren wir jedenfalls. Wie lange sind Sie schon hier? Kurz. Nur Tage. Die Eindringlinge haben viele von uns gefangen. Du solltest hier besser verschwinden, bevor es zu spät ist. Das kann ich nicht. Ich bin aus einem wichtigen Grund hier. So wie die. Beim nächsten Treffen jage ich dir einen Pfeil in den Hals. Du und ich stehen auf derselben Seite. Ich hoffe, ich kann dir das beweisen. Was passiert denn da unten? Und weg ist sie. Tja, neue Freunde hat sie nicht gefunden. Neues Basislagen. Sie sind seit Jahrzehnten völlig isoliert. Vielleicht sogar seit Jahrhunderten. An ihrer Kleidung habe ich kleine Verzierungen bemerkt, die zum byzantinischen Reich passen. Könnten es vielleicht nach vorn der Anhänger des Propheten sein? Was wissen Sie über die Verzantin? Ja. Vielleicht sind sie sich in die alte Sofjetbasis. Jo. Das hier ist jetzt etwas größer. Oh, die Seilrutschen werden angezeigt. Das ist schon mal nice. Wie viele Dokumente da sind. Wandgemälde. Überlebensverstecke. Krass. Aber ich würde erst mal sagen, das war es in dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir doch gerne eine Bewertung da. Gerne ein Abo, um mich zu supporten. Und natürlich aktiviert die Glocke noch, damit ihr in Zukunft nichts mehr verpasst. Bis dann. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.